2 1 schließt christian schießt doch andré leute schießen hab ihn liegt am weißen haus andré ja moment ich gucke noch mal dass ich noch mal bewegt die waffe hoch der liegt genau hinter dem gebüsch der bewegt sich nicht mehr jack puls ja ja am weißen haus das sind gelbe gebüsche hinlegen 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 okay okay der wird wahrscheinlich alleine sein habe ich ihn so gut getroffen alter junge der ist komplett ruiniert da nichts mehr heilen tut mir leid